Hallo, hier ist Mr. Fudia von The Pinkertones. Herzlich Willkommen zu unserer Serie Singles 2001-2011. Heute werden wir über Immissibles sprechen. Hiermit endet die Trilogie von Videoclips, die wir mit Rollout zusammengedreht haben. Und es handelt sich um eine Geschichte, die wieder auf den Straßen von Barcelona passiert. Und in diesem Falle versuchen die Pinkertones, sich unsichtbar zu machen. Nichts weiter, schaut mal rein und ich verabschiede mich mit Immissibles. Ich will sein Invisibles. 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 Invisible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Para hacerte la vida imposible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Para hacerte la vida imposible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Vielen Dank.